Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Adventure Map ne? So wo sind wir denn heute hier? Der Rätselturm, hab ich gehört? Der Rätselturm? Ja, der Rätselturm. Cool ist unser Mädchen. Ist sehr rätselig. So. Ja nein, bleibt das nicht. Nein. So, wir haben dabei den Mr. Freaky, der die ganze Zeit nur rumdrollt, alias Kevin, dann die wilde Mieze, alias Carina, den grünen Lopsi, alias Simon und den Katsuko, der hier schon wieder scheiße macht, ne Pascal? Der so schwul aussieht. Dann lass das Weibchen, ja. Ja, das ist unser kleines Weibchen hier. Äh, öh. Äh, äh, äh. So, ich würde mal sagen, wir lesen erstmal vor, hier. Wer will vorlesen? Kannst du lesen. Wer denn lesen kann? Wer denn lesen kann? Wer denn lesen kann? Ich les vor. Okay, dann les mal vor. Verwirrt. Sollte es doch sein, Mensch. Kurze Info, Redstone Fackeln darf man abbauen. Fackeln, okay, alles klar. Ja, sehr verwirrt bin ich grad. Ähm, Tipp, das ist Multiplayer Spawn, glaube ich. Glaub der? Okay, alles klar. Die beginnt euer Abenteuer. Gleich für den Anfang. Du darfst einmal Redstone abbauen. Aber nur ein einziges Mal. Ja, ja. Okay. Was tun denn die da hinten schon wieder? Dann stoppst du. So, ich würde sagen, wir gehen mal direkt springen. Ah! Ah! So. So, stopp. Moment. Lesen. Lesen. Geht doch mal rüber. Beginnen wir mit etwas Leichtem. Geht das? Tür aufmachen oder was? Hier geht noch rüber. Ich sehe nur Köpfe. Ich auch. Könnte mal jeder in eine Ecke gehen? Ähm. Da ja... Der Kevin und ich wissen, wie es funktioniert. Lass mir... Lass mir... Ey, wer hat hier gecheatet? Ey, wir sterben! Wer hat's aufgemacht? Ich hab's gecheatet. Man darf die Redstone fackeln abbauen, aber nur einmal. So. Ne, fackeln darf man immer abbauen. Nein. Nur die eine Redstone-Fackel. Stand doch extra ganz oben. Achso. Am Schild. Ja, ich dachte... Aber Redstone allgemein dachte ich darf man abbauen. Hier. Was haben wir hier? Warte, ich lese mal vor. Main by... Play HD Green. So. Könnt ihr dir mal rübergehen? Nicht jeder ist würdig. Nicht jeder ist würdig. Hier ist das erste Rätsel. Was frankt so hoch und ist doch so nieder über dir. Ja, und wer hat's jetzt schon betätigt? Irgendeiner, der ist dran. Das Fragezeichen war's nämlich. Regeln? Achso. Okay. Schön, dass ihr mich aufbewusst lasst. Ich kann mich jetzt nicht direkt drauf. So. Die Regeln. Die Regeln. Wo fangen wir denn mal an? Es werden keine Blöcke außer Clay abgebaut. Was war nochmal? Clay? 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 Wo? Achso. Ach genau. Leben. Okay. Auch Redstone-Fackeln dürfen abgebaut werden. Keine Red... Kein Redstone. Okay. Also nur Redstone-Fackeln. Au. Ja. Pass her, geh rüber. Keine gecheateten Flywood, X-Ray etc. Was haben wir hier? Ne, warte mal. Wo geht's denn weiter? Hier bestimmt, ne? Diamanten-Sammelt. Sammelt über die Map verteilt Diamanten. Teilt mir eure Highscore dann mit und... Ich erstelle eine Rangliste. Diese wird dann auch im Forum-Server gemacht. Denn so gedeihte Diamanten nicht in der Lava. Okay. Ähm. Kleine Frage vorweg. Wer nimmt die Diamanten mit? Ich hab dich auch nicht geschlagen. Sumpfkuh. Derjenige der die meisten hat am Ende. Haha. Nein. Wer nimmt sie mit oder einfach jeder... Ich hab zwei Herzchen. Oder einfach der, der sie findet. Meine Hühnerkollen bauen ab. Gut. Also der, der sie findet. Alle Rätsel und Jump and Runs sind möglich. Kein Kommentar. Wie das... Ah. Das ist gar nicht möglich. Danke, okay. Ähm. Simon, geh mal rüber. Wer über diese Map ein LP machen möchte, schreit mir bitte bei YouTube. Skype eine Nachricht. YouTube. Play HD. Ähm. Nein, aber kann man ja noch tun. Vorm Upload. Eier Schalter dürfen verwendet werden. Los geht's. Man darf sich auch eine Sache später kraften. Ähm. Wo geht's denn jetzt los? Ach bestimmt hier. Spielt die Map auf normal oder easy. Klar. Ich muss erstmal Pascal wieder herkommen. Pascal? Wo ist Pascal? Ne, ich bin noch schon da. Wo ist er denn? Wo ist er? Hier. Könnt ihr hier? So. Ich würde sagen, hier fangen wir an, ne? Okay. Was ist das? Na, sie warst du, oder? Äh. Aber fick dich doch. Nur Diamanten? Und wo geht's jetzt los? Ey, ich hab kein Essen mehr. Ich hab kein Essen mehr. Wo geht's denn jetzt direkt los? Ach hier. Okay. Was ist das denn? Äh. Äh. Was ist das denn hier? Äh. Was ist das denn hier? Das ist ne Art Aufzug bestimmen. Ne Art Aufzug? Ne, der funktioniert nicht bei mir. Aber ich war schon oben auch mal. Ich würde sagen, jeder nacheinander, oder? Ich bin schon oben. Äh. Ich seh bloß nicht. Jo, wieder gehst du. Uh, wie die Dame. Könnt... Ihr müsst springen. Wie, springen? Ja, dann macht ihr... Einer nach den anderen, würd ich sagen. Okay? Hallo. Jo. Ich hab dir das. Was ist denn jetzt nur hier? Ihr tropft Glauben, irgendwie. Ich werbe. Ja, ne. Drecksack, hör auf. Hä? So, einer nach den anderen. Darf ich mal vormachen? Ja, okay. Dann mach vor. Was ist denn das da oben? Boah, dem Erfinder muss man irgendwie was genommen gegeben haben, ey. Was hab ich denn da jetzt überhaupt in der Hand? Okay. Ich blick's nicht. 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 Aber ich mach... Mr. Freaky died. Ja, ich hatte kein Essen mehr. Okay. Okay. Hier oben ist ein Bett, hab's vorhin ein Problem. Äh... Lopsi ist bei mir kopflos. Ihr müsst, wenn ihr auf der Treppe blister traucht. Und dann müsst ihr springen. Hey, Frau, mein ich glaub's. Dann müsst ihr hochlaufen. Dings ist so und die Treppe. So. Ihr müsst so reinsprinten und hoch eben die ganze Zeit. Hoch springen. Ähm... Was müsst ihr reinsprinten? Oh, schwer. Ah, Pascal, hat's geschafft. So, ich bin oben. Mein Schatz hat's geschafft. Huuu. Ich check mich. Schatz, komm mal zurück. Geil, komm mal. So. So. So, lass mich mal probieren. Lass mich alle hier unten verloren. Okay. Ich bin auch noch hier unten. Warum ist da oben Lava? Ich check's nicht. Oh, ja. Kannst du kommen. Wie geht das bitte? Check ich nicht. Sollen wir mal kurz cheaten? Nein. Nein. Okay, ich bin oben. Hä? Wie hast du das gemacht? Ich bin da oben. Keine Ahnung. Ich bin da oben gewesen. Hä? Es ist magic. Es ist magic. Aua. Schlack mich doch nicht. Ist irgendwo Diamant? Du musst auf die Platte treten. Ja, tritt mal. Nein. Ja, dann komm ich da automatisch auch mit. Lol. Leck. Hä? Hab hergemacht. Entschuldigung. Funktioniert nicht. Komm, spring mich mal da runter. Kannst du mal irgendwie rausgehen? Ne, aus mir rausgehen. Oh, lol. Ich bin da gar nicht in dir drin. Oh, ja. Na, will da jemand cheaten? Ja. Ich bin da gar nicht in dir drin. Nein. Ich, lol. Ich stehe doch sonst wie weit von dir weg. Wieso schlägst du mich? Hä? Du stehst da mir im Weg. Nein, ich guck mal wo ich stehe. Hey, du bist da. Ich check den Aufzug nicht. Dann komm's hoch. Dann komm's eh nicht. Ich stehe da mir. Guck mal wo ich stehe. Wie geht denn das? Ich weiß auch nicht genau, wie ich das eben geschafft habe. Warte kurz. Kann das ja mal lieber für mich machen? Ich bin zu dumm. Ich bin schon mit Einsprung. Was meinst du mit Einsprung? Ach, ne? Hat hier gerade jemand? Was, was, was? Was tust du da? Ja, gut. Dann cheaten wir das halt mal. Okay. Sorry fürs Cheaten, aber... Der funktioniert irgendwie nicht wirklich. Also... Jetzt ist... Ja, gut. Jetzt... Gameboards alle wieder aus. Es gibt's hier nicht. Doch, es ist auf anders... Er bricht, weiss? Was bin ich? Wie wär's denn... Oh, toll. Springen. Geil. Sieben Diamanten. F*** ich. Scheiße, war da in Truhe? Ja, war da in Truhe. Oh mein Gott. Autsch. Oh mein... Ähm, ja. Oh mein Gott, ich hasse Jump. Äh. Hey, wieso sterb ich immer dann sofort? Licht. Black. Boah, am Arsch. Ich bin gleich tot. Wieso geht's hier nicht weiter? Oh ja, natürlich. Oh ja, siehste, das gefällt mir doch schon viel eher. Oh, zu weit gejumped. Toll. Oh mein Gott. Was? Ich war schon da. Ich war schon da. So, wo geht's denn jetzt weiter? Ey, wer steht denn hier jetzt in mir? Welche Tür ist denn jetzt die richtige? Ja, warte. Biss ich halt oben gerade. Oh, yes. Hey, wie kommt einer hin? Wieso? Geht hier nicht auf? What the fuck? Warte. Warte. Was macht ihr denn? Könnt ihr ja mal weiter Jump? Da bin ich doch. Du musst hier oben hinsetzen, du du. Hä? Muss ich nicht durch? Nicht unten? Mhm. Habt ihr die Truhe da unten schon geleert? Ja, die Truhe ist leer. Und was, was, was tust du denn jetzt? Was von da unten lang? Sieben Diamanten. Sorry. Fick dich. Ja.